Nummer 5 Dieses Animometer von Trotec ist ein leistungsfähiges Produkt in seiner Klasse. Dank seiner flexiblen 40 cm Sonde lässt sich die Windgeschwindigkeit einfach und genau messen. Außerdem zeigt es Maximal- und Minimalwerte an, um die Windverhältnisse besser beurteilen zu können. Mit einem umfassenden Datenblatt bietet das Trotec eine Reihe von Messgeschwindigkeiten von 1 bis 30 Metern pro Sekunde sowie Luftvolumen und Temperatur. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 4 Skywatch JDC Meteos ist ein hochwertiges Animometer, das in der Schweiz sorgfältig entwickelt wurde, um außergewöhnliche Leistungen zu garantieren. Er ist wasserdicht und schwimmfähig und eignet sich ideal für Wetterliebhaber, die die Windverhältnisse jederzeit im Auge behalten wollen. Mit seiner Stativbohrung kann es sicher auf Stativen oder anderen Halterungen befestigt werden, um genauere Messungen zu ermöglichen. Allerdings könnte sein hoher Preis einige Käufer abschrecken. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 3 Das Prosta TL 0017 ist ein Animometer, das durch seine Kombination aus Funktionalität und Haltbarkeit auffällt. Es wurde speziell für den Wassersport entwickelt und verfügt über einen Gummischutz, der es spritzwassergeschützt und stoßfest macht. Außerdem kann es dank der mitgelieferten Umhängekordel bequem um den Hals gehängt werden, um die Benutzung zu erleichtern. Mit einem Messbereich von 0 bis 30 Metern pro Sekunde und der Möglichkeit, auch die Temperatur zu messen, bietet dieses Animometer eine genaue Datenanzeige. Und dank der automatischen Abschaltfunktion müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass die Batterien leer werden. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Nummer 2 Das NKTEC NKW0 ist ein fortschrittliches Animometer, das viele zusätzliche Messmöglichkeiten bietet, um auch die spezifischsten Anforderungen zu erfüllen. Dank seiner Maximal-, Minimal- und Durchschnittsfunktionen ist es möglich, einen vollständigen Überblick über die Wetterbedingungen zu erhalten. Darüber hinaus ist es dank seines Taschenformats in jeder Situation bequem zu benutzen. Das Datenblatt verrät einen weiten Messbereich von bis zu 30 Metern, Sekt, sowie weitere wichtige Daten wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck. Weitere Funktionen sind die automatische Abschaltung zur Schonung der Batterie, die Möglichkeit, Daten zu speichern, der Höchst- und Mindestwert sowie der Durchschnittswert. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 1 Das Prosta TL0090 ist das perfekte Animometer für Wassersportler. Dank des mitgelieferten Tragebandes ist es einfach zu halten, und unterwegs zu benutzen. Sein technisches Datenblatt beeindruckt mit einem gemessenen Geschwindigkeitsbereich von bis zu 30 Metern pro Sekunde und weiteren Messdaten wie Temperatur und gefühlter Temperatur. Aber das ist noch nicht alles. Es bietet auch noch einige Zusatzfunktionen wie automatische Abschaltung, Datumhalten, Maximal-, Minimal- und Durchschnittswerte, um die Windverhältnisse jederzeit unter Kontrolle zu haben. Das LCD-Display und die 5 Maßeinheiten machen dieses Animometer leicht ablesbar und benutzerfreundlich. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung. Das sind die